R-E-W-R-M-S-I-D-T Oh, der passt schon. Ja, meine Damen und Herren, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Minecraft SkyWatts. Hey, aber Revi, es ist 12.30 Uhr, eigentlich sollte Craft-E-Sack released werden. Ja, Leute, ihr seht vielleicht, dass ich mir gerade ein paar Gedanken machen muss. Und ich muss auch einfach mal ehrlich zu euch sein, Leute. Bevor ich aber jetzt ehrlich zu euch werde, zeige ich euch ganz was, was wir noch gebaut haben. Was ist los mit deinem Leben, Alter? Ohne Witz. Zander, 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 schau. Wie kann man so dumm sein, Alter? Nein, es war Absicht. Zander, warte. Ja, genau, Absicht. Du kannst einfach nicht lesen. Da ist die kleine Insel. Da, da ist sie. So, Zander, wie sagt man so schön, wer zu spät kommt, den bestrafe ich eben. So ist mein Spruch. Zander, was würdest du jetzt sagen, wenn ich dir die Insel wieder freigebe? Dann klatsche ich dir keine. Was willst du von dir? Warte, unter Gewaltandrohung, das geht jetzt nicht. Ich weiß, wo du wohnst. Du hast mir nicht gesagt, auf Google Maps, wo ich dich finde. Und dann gibt es Backenfutter. Wenn du mir nicht einfach meine Insel jetzt wieder gibst. Da drüben steht, der guckt. Ah! So, ein Teil der Insel ist schon mal freigegeben. Wie ein Teil der Insel? Der kleine Teil der Insel ist freigegeben. Digga, ich stehe auf einer 3x3 Inseln. Da ist kein kleiner oder großer Teil. Du kannst es benutzen, du kannst es benutzen. Ich habe es weggemacht. Ja, korrekt. Wie hast du es gemacht? Jetzt kannst du wieder die zu machen, Zander. Ich habe Macht über dich. Bist du Admin, Alter? Nein. Doch. Hä, du hast ihm nur die Rechte auf deinem Grundstück gegeben. Der ist aber immer noch auf seinen Namen geclaimt. Eis kalt. Ach, Digga. Warte, Zander, pass auf. Ich trage dich in mein Team ein, dann kannst du mit auf deiner Insel bauen, okay? Digga, ohne Witz, wenn du mir nicht in Form einer Insel gehst. Ich schwöre dir, Alter. Ich nehme in deinem UFO-Büro alles auseinander, wenn ich das nächste Mal da bin. Zander, du kannst es bauen, du kannst es bauen, guck. Digga, ich will meine Insel für mich haben. Die Insel ist für dich, glaub mir. Junge, ich will die Rechte auf meiner Insel haben, für mich. Sonst baue ich die krassen Sachen und dann nisstest du dich einfach hier ein. Ich kenne dich doch. Zander, wir sind eine Allianz. Was sind wir? Rechte, ich brauche nur einen Lava-Eimer, bitte. Petrit, was willst du von mir, Mann? Hau ab, Alter. Rechte, ich will hier einen Lava-Eimer rausholen. Guck, Spark hat auch geschrieben, dann ist ja gut. Tander, nein, es ist doch nicht so. Spark hat auch gesagt, alles gut. Ja, aber ich sag nicht alles gut. Alter, ohne Witz, Revi, geh mir nicht auf den Sack. Ich nehme meine erste Folge Skyward auf und ich kann nichts machen. Doch, kannst du. Ich hab die doch in die L-E hinzugefügt. Tander, deine Insel, claim sie schnell. Ja, ich hab die geclaimed. Nein, machst du nicht. Ich kann die nicht mehr claim. Wie claim ich die? Du musst dein Team erstellen. Wie geht das? Revi hat schon wieder drüber geklemmt. Alter. Ah, schmäh. Na, komm. Ich glaube, sag, Alter. Gib mir einfach dein Grundstück wieder. Du hast dein Grundstück jetzt, Petrit. Zander. Der Arme. Oh, der Scheiß. Können ihm doch mal Grundstück, Alter. Sag mal, was ist in deiner Kindheit falsch gelaufen? Du siehst aus wie ein normaler Junge, bist aber kein normaler Junge. Zander, hör mal auf jetzt, okay? Bau mal lieber deine Insel. Kevin, lass uns zusammen eine Baumfarm bauen. Ich helfe dir. Ist das jetzt mein... Das ist nicht mein Grundstück. Ja, du musst es jetzt... Junge, Junge, das ist... Warte, 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 warte. Ich werfe hier rüber. Warte, hilft das? Bevor ich aber jetzt ehrlich zu euch werde, zeige ich euch ganz was, was wir noch gebaut haben, Leute. Und zwar läuft hier meine Maschine. Ja, die läuft super. Mein Cobble-Stack-Generator, Alter, Leute. Das geht hier steil. Bisschen geht nicht mehr. Ich habe jetzt diese Dinger hier noch drin, diese Double-Layer-Capacitator. Alter, Leute. Schaut euch mal bitte an, wie dieses Ding immer weiter produziert. Das hört einfach nicht mehr auf, Leute. Das hört einfach nicht mehr auf. Ich weiß gar nicht, wo ich mit den ganzen Materialien. Kevin, der Geisteskranke, hat es jetzt sogar bei sich so weit geschafft, dass er einen Autohämmer und alles hat. Also, das Ding läuft bei ihm komplett automatisch durch, meine Freunde. Das ist auf jeden Fall das Ziel bei mir für die nächsten Tage. Und dann geben wir jetzt endlich an Agri-Kraft und die ganzen Geschichten, die ich mit diesen wunderbaren Crops machen möchte, Leute. Denn wir haben ja dank Agri-Kraft die Möglichkeit, Diamanten und alles andere einfach aus dem Boden ganz natürlich wachsen zu lassen, meine Freunde. Und dementsprechend ist es gar kein weiter Schritt mehr bis zur kompletten Unabhängigkeit, bis wir unsere riesige Energiefarm gemeinsam mit Kevin aufgebaut haben und so weiter und so fort. Des Weiteren habe ich heute ein paar Lootbags, die ich öffnen möchte mit euch, Leute. Ich habe hier einmal einen Epic-Lootbag, einen Rare-Lootbag, einen Uncommon-Lootbag und einen Common-Loot-Black, Common-Loot-Black wahrscheinlich, guter Loot-Black, der schwarze Beufel, genau der. Ich sortiere, by the way, gerade erstmal alles hier ein, meine Freunde, damit ich mir den Stress einfach spare, weil ich muss das Gravel einfach mal per Hand durchsieben, das dauert mir sonst zu lange, Leute. Mache ich aber alles off-screen. Ich habe mir noch ein paar Drawer hingestellt, wie ihr sehen könntet. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein halbes Ordnungssystem, dann habe ich hier vorne nochmal Farbenland generiert. Das ist einfach diese Erde umrandet mit der Hühnerkacke, die hier die ganze Zeit generiert wird mit dem hier. Und ja, so kann man auf jeden Fall relativ gute Crops generieren, Leute. Wie gesagt, schaut euch das mal an. Das wächst echt extrem schnell hier drauf. Also ich glaube, am Ende der Folge sollten alle Kartoffeln wieder gewachsen sein. Nahrungsmittelprobleme bestehen dementsprechend momentan also nicht. So, und während ich jetzt die Loot-Bags aufmache, meine Freunde, hier, ihr seht schon, Leute, das ist so dermaßen schnell, die Kartoffel ist direkt wieder gewachsen. Das ist echt geisteskrank, Mann. Vergleicht man das mit dem normalen Boden hier, ist das echt ziemlich, ziemlich krass. Also das ist wirklich echt krank OP, Leute. Kommen wir jetzt zu den Loot-Bags und zu dem, was ich eigentlich in der Folge ansprechen wollte. Und ihr habt es schon oben im Titel gesehen, meine Freunde, Craft Attack oder Sky. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren krank motiviert. Wir haben es genau zwei Tage durchgehalten, bis wir gemerkt haben, es ist komplett surreal für uns, drei Videos daily momentan zu bringen. Zumal auch viele von euch sagen, dass sie gar keine Zeit haben, diese drei Videos daily zu gucken. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich wahrscheinlich jetzt folgende Entscheidung treffen werde. Und zwar möchte ich Sky erstmal wieder ein wenig hinten anstellen, meine Freunde, denn erstmal bin ich sowieso nicht der größte, technikaffinste Boy hier im Game. Ich habe auf jeden Fall Spaß daran. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass wenn ich keine sechs Stunden Zeit täglich habe, um mich mit dem Mod-Bag zu beschäftigen, ich einfach hinten anstehe. Und genau das ist gerade der Punkt, wenn man sich jetzt beispielsweise mal Kevin anguckt, Leute, der ist hier vorne schon so weit durchgerusht. Der hat schon alles automatisiert. Der hat da vorne rechts eine automatisierte Mob-Farm und so weiter und so fort. Dementsprechend, meine Freunde, wird es dazu kommen, dass ich Craft Attack weiterhin täglich für euch hochlade, weil das macht mir einfach gerade unheimlich Spaß. Und ich habe einfach extrem Bock, an der Revolution weiterzubauen, meine Freunde. Und Sky dann, wenn es kommt. Also Sky kommt dann, wenn es kommt, Leute. Kevin ist hier, wie gesagt, gerade schon mit dem Chicken-Mob dran. Redstone wird auf jeden Fall von diesen Chickens gemacht. Und hier ist auf jeden Fall eine Kiste drin, Leute, wo ordentlich Redstone schon mal drin ist. Also bei dem Boy läuft es auf jeden Fall, das ist krank, Mann. Man kann diese Hühner nämlich einfach hochfarmen und die legen dann quasi Holz und alles weitere als ganz normaler Abfall quasi. Und ja, Kevin Hühner scheinen hier auf jeden Fall gut für ihn zu generieren, das läuft auf jeden Fall. Habe ich mir auch zuerst überlegt, aber ich dachte mir dann, na, wenn du das gleiche machst wie Kevin, ist das vielleicht ein wenig langweilig. Hier vorne ist nochmal so eine kleine Brutstation, wo da Chicken drin steht, ne. Das legt dann hier quasi die Eier und so weiter und so fort, Leute. Ist alles ganz interessant, könnt ihr euch auf jeden Fall beim Kevin angucken. Hier vorne hat der Kerl nochmal sämtliche Maschinen komplett automatisiert. Hier sind Autohammer und Autoseave drin, meine Freunde. Hier ist der Autohammer, hier ist das Autoseave. Alles wird hier automatisch gemahlen und kommt dann direkt in seine wunderbare... Oha, Leute, was haben wir hier? Er hat sogar schon einen Atomreaktor hier, Alter. Aber ihm läuft auf jeden Fall. Er ist krank, Leute. Krank, krank, krank. Genau das ist das Problem, Leute. Ich werde es niemals schaffen, wenn ich mir nicht 10.000 Jahre Zeit dafür nehme, so weit zu kommen wie Kevin oder andere in diesem Modpack. Was ja auch meiner Meinung nach überhaupt nicht schlimm ist, denn ich habe trotzdem Spaß daran. Das macht echt eine Menge, Menge Fun. Aber es ist einfach so, Leute, dass ich da deutlich langsamer bin als die anderen. Und wie gesagt, wenn ich nicht ständig dabei wäre, mir irgendwelche Sachen hier anzuschauen, dann würde ich wahrscheinlich gar keinen Fortschritt machen. Wie gesagt, dementsprechend, meine Freunde, wird es Craft Attack täglich geben. Wir möchten auf jeden Fall gemeinsam eine Revolution großartig weiterbauen. Oh, lol, Alter. Bisschen TNT, Oak Sapling nehmen wir, okay. Dann schauen wir mal, was hier drin ist. Oha, Sleep Charm, Silicon, eine Obsidian Pants und zwei Eisen. Ja, nice, Leute. Schauen wir mal, was wir hier im Rare Loot Bag drin haben. Green, slimy dirt, slimy but lets you jump higher. Okay, kann man machen, kann man machen. Und jetzt, Leute, gehen wir mal zum Epic Loot Bag, ein Diamond Chest Transporter. Wollt ihr mich verarschen? Das Ding kann man, also das kann einfach nur Kisten transportieren. Schaut euch das hier an. Das ist, ähm, ja, wow. Das hat einfach nur, toll, toll, das, das. Ja, Leute, keine Ahnung. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen mehr Glück. Ich werde auf jeden Fall die Tage immer wieder mal das davon öffnen. Wenn ihr auf jeden Fall Bock darauf habt, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch da. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal hin und mache in dem Bayern wenig Erde, Leute. Das geht nämlich hier ganz schnell. Und in der Zwischenzeit erzähle ich, wie gesagt, das, was ich erzählen wollte. Und zwar, lange Rede, kurzer Sinn, meine Freunde. Sky kommt dann, wann es kommt. Also, ich denke mal, dass wir uns einen 2-3-Tage-Rhythmus irgendwie überlegen müssen. Oder überlegen werden. Verdammt, jetzt habe ich hier den Sapling reingeschmissen. Das wollte ich gar nicht. Und so wird dann Sky wahrscheinlich released werden. Alles andere macht momentan einfach für uns keinen Sinn. Thomas ist gerade absolut am Limit, weil wir gerade noch für unsere EP echt eine Menge machen, Leute. Wir haben, wie ihr vielleicht wisst, ein Musikvideo in der L gedreht, was extrem aufwendig wird. Dann haben wir noch ein kleines musikalisches Projekt jetzt zum Ende des Jahres. Dann haben wir, ganz wichtig, meine Freunde, am 30.12. den 24-Stunden-Stream, der Charity-Livestream. Der mir gerade echt mit meinem Team alles abverlangt, Leute. Da ist so viel zu zu klären. Es ist so viel kranke Organisation, die dahinter steckt. Also ich will, dass dieses Ding echt krank Hype geht. Und ganz ehrlich, ich mache lieber was für ein Charity, als wenn ich hier in irgendeinem Minecraft-Projekt rumdümpel. Dementsprechend, meine Freunde, könnt ihr das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Ich habe mir echt als Ziel gesetzt, das ganze Daily zu bringen. Nicht nur, weil es Spaß macht, sondern einfach auch, weil ihr es gerne seht. Aber letztendlich, Leute, ist es einfach gerade nicht anders möglich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste auch selber mal einen Gang zurückfahren. Ich war gestern bis, keine Ahnung, war ich mit Thomas, glaube ich, bis... Thomas, wie lange waren wir weg? An 10. Bis 10.000 Uhr waren wir weg. Gestern Abend waren wir noch unterwegs, Leute, und haben noch einen Dreh gehabt. Dann bin ich direkt weitergegangen und habe ein Musikprojekt weitergearbeitet und so weiter und so fort. Ich will mich jetzt hier gar nicht beschweren, nur ich möchte, dass ihr wisst, welchen Grund das hat, dass jetzt quasi Sky nicht mehr so regelmäßig kommen wird. Beziehungsweise, für mich war es sowieso ein Projekt, wo ich gesagt habe, hey, ich mache mal mit und schaue, wie es läuft. Es kommt echt super gut bei euch an, es macht doch echt eine Menge Spaß. Nur wie gesagt, Leute, seid mir nicht böse, ich schaffe es einfach nicht anders. Nichtsdestotrotz werde ich auf jeden Fall weiterhin am Server arbeiten und weiterhin immer wieder schön ein paar Sachen hochfarmen. Das heißt, es gibt in jeder Folge auf jeden Fall einen schönen Progress, meine Freunde, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. So habt ihr auch mehr davon, denn so passiert auf jeden Fall jede Folge etwas Neues und dann ist es auch nicht so langweilig, Leute. Denn wie gesagt, es ist echt eine Menge, Menge Arbeit für mich, sich in das Modpack reinzufinden und so weiter und so fort und zwei Minecraft-Projekte parallel zu haben. Ebenso gerade die Sache mit der Revolution, Leute, das ist einfach so eine aufwendige Geschichte und da möchte ich eigentlich alles, was ich an Manpower habe, drauf verwetten können. Das wollte ich euch einfach nur gesagt haben. Wie gesagt, über Crafthack braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Sky kommt optional dann, wann es kommt, wenn ich Bock habe, Leute. Also es kann zwischendurch sein, dass ich über Weihnachten, wenn ich fleißig gewesen bin, gut vorproduziert habe oder es halt nur bei Crafthack bleibt. Das sehen wir aber dann, Leute. Macht euch dabei gar keine Sorgen. Wie gesagt, es ist alles so cool. Alter Schwede, jetzt ist ja schon wieder so ein Riesenbaum generiert worden, Leute. Das hasse ich ja wie die Pest, wenn diese Riesenbäume hier kommen. Der einen Seite ganz cool, weil man unendlich viele Blätter daraus bekommt. Auf der anderen Seite eigentlich extrem hässlich, weil diese Dinger halt überall rumstehen und man sie gar nicht von seinem Grundstück runterbekommt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass es eine ekelhafte Aufgabe, über diesen Baum komplett zu entfernen. Gottes Willen. Aber immerhin habe ich genug Dias, Leute. Also ich glaube, ich habe gerade noch... Wie viele Dias habe ich gerade noch? Ich habe noch ganze sechs Diamanten. Ich habe den Rest schon für Werkzeuge ausgegeben, Leute. Aber durch meine automatische Gravel-Farm hier vorne mit dem ganzen Zeug läuft das auf jeden Fall schon ganz gut. Das einzige Ziel wäre natürlich jetzt noch ein Autosief zu haben, so wie Kevin es gerade drüben hat. Das kommt aber dann alles noch die Tage. Wie gesagt, Leute. Fortschritt wird es hier auf jeden Fall massiv noch geben. So, dann packen wir den Rest mal hier rein, Leute. Und wie gesagt, meine Erdefarm, das funktioniert hier echt wunderbar. Ja, Kevin ist gerade auch schon dran, eine Baum-Farm zu bauen. Da möchte ich ihn auf jeden Fall auch noch unterstützen. Heute Abend im Live-Screen würde es vornehmlich ein Craft-Tech-Game, eventuell ein B-Nix-Guy. Schauen wir dann einfach mal. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall heute Abend ganz, ganz viel an der Revolution bauen werden. Denn wie gesagt, Leute, das ist gerade mein Herzensprojekt. Und ich freue mich einfach darauf, im Januar ein richtig fettes Event gemeinsam mit euch daraus zu machen. Das ist so eine Sache, die ich mir gesagt habe, Leute. Wisst ihr, wenn ich die Möglichkeit habe, einfach in Minecraft zu spielen, ihr schaut nur zu. Oder in Minecraft etwas zu bauen. Ihr könnt später ein Teil davon sein. Dann mache ich lieber zweiteres, weil ihr davon erstmal mehr habt. Und es ist mir auch einfach gerade momentan echt mehr Spaß macht im Craft-Tech. Ja, was soll ich sagen, Leute? Soviel zu meiner Entscheidung. Ich denke mal, ihr könnt das nachvollziehen. Sky kommt vielleicht morgen oder übermorgen wieder. Macht euch da gar keinen Kopf. Es kommt auf jeden Fall weiterhin. Wann genau, kann ich nicht sagen. Wenn es dann kommt, dann immer gegen 15, 16 Uhr. Ihr wisst Bescheid. So, um den Dreh. So, mein Plan für Sky sieht auf jeden Fall folgenderweise aus. Ich habe mir echt ein richtig gutes Tutorial für Agri-Craft rausgesucht, Leute. Was ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Der Link dazu ist in meiner Videobeschreibung verlinkt. Genau dieses Tutorial werde ich jetzt quasi einmal nacharbeiten. Und gemeinsam hier eine riesige Farming-Flash hier machen. Nach Agri-Craft werde ich mich wahrscheinlich direkt Bloodmagic widmen. Das Problem ist, dass Bloodmagic am Anfang echt schwierig ist, weil es eigentlich eher Late-Game-Content ist. Und es wäre extrem blöd, ohne eine vernünftige Energie-Produktion direkt mit Bloodmagic anzufangen. Könnte man zwar machen, meine Freunde. Macht aber meiner Meinung nach wenig Sinn, wenn ich mich dann immer bei anderen durchschnauen muss. Deshalb möchte ich erstmal eine komplette Erzeproduktion bei mir aufbauen. Und mich dann den anderen Mods widmen. Es gibt so ein paar Sachen, die ich unbedingt haben möchte, meine Freunde. Zum Beispiel einen eigenen Atomreaktor hier. Es gibt ja den Reaktors-Mod, den wir hier drauf haben. Den Extreme Reaktors-Mod, der hier drauf ist. Einen Jetpack machen, meine Freunde. Es gibt ja die ganz easy Jetpacks, die sind wirklich schnell gemacht. Das ist wirklich nicht so aufwendig, Leute. Das kriegt man eigentlich relativ schnell hin. Da brauche ich halt einen Alloy-Smelt dafür und so weiter und so fort. Den hat Kevin aber da vorne schon stehen. Das ist auch gar kein Ding. Nebst dem Jetpack möchte ich auf jeden Fall meine Insel ein bisschen verschönern. Und ich möchte mich auf jeden Fall an den Death-Generator dran machen. Denn es gibt einen Generator, meine Freunde, der erzeugt Energie aus Tod. Und ich glaube, das passiert so, wenn ich ein Tier umbringe, wird daraus quasi Energie erzeugt. Ich habe mir ein ganz perfiles Modell für eine automatische Chicken-Farm damit überlegt. Ich weiß jetzt halt auch nicht, ob das so geil ist, wenn ich mit toten Hühnern Energie mache. Keine Ahnung, meine Freunde. Jetzt fällt mir auf, ich bin die ganze Zeit im falschen Sieb. Ich wollte eigentlich hier vorne als Iron-Mesh, damit ich auch Dias rausbekomme. Das sind so ein paar Sachen, Leute. Wenn das alles erstmal komplett automatisiert ist, Leute, dann gibt es diese kleinen Fehler nicht mehr von mir. Da kann ich auf jeden Fall drauf wetten. Weil, wie gesagt, das war jetzt echt blöd, dass ich das da vorne als andere Sieb durchgezogen habe. Weil so hatte ich halt die Möglichkeit, die ganzen Dias nicht zu erhalten. Das war ein bisschen dumm von mir. Aber wie gesagt, Leute, wenn das erstmal komplett automatisiert ist, müssen wir uns da keine Sorgen mehr drum machen. Ja, Leute, das soll es auf jeden Fall von dieser wunderschönen Folge von Minecraft Sky gewesen sein. Ihr habt auf jeden Fall gesehen, es geht auf jeden Fall echt gut voran. Kevin ist komplett am ausrasten. Die anderen sind ja alle am durchdringen. Wie gesagt, ich glaube, Debitor und Spark of Phoenix sowie Cars Crafter, meine Freunde. Die drei sind hier 24-7 auf dem Server. Die machen die ganze Zeit nichts anderes. Dazu fehlt mir leider momentan die Zeit. Aber wie gesagt, ihr könnt das komplett nachvollziehen. Ich kenne euch, meine Freunde. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr trotzdem einen Daumen nach oben dauerlust, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend um 19. Bei einem wunderschönen Crafter-Livestream. Die Revolution wird auf jeden Fall heute Abend gebaut werden und wachsen, Leute. Ich mache euch damit jetzt vom Acker. Macht's gut. Wir sehen uns heute Abend. Haut da rein. Bis zum Ende. Ciao, ciao.